Ich entbugg den über dem Quad-Bug. Aber warum? Unbewaffnet aussteigen, weil die sind tot. Was? Sofort aussteigen. Da hinten. Da hinten. Unbewaffnet. Jungs. Ja, soll er ruhig. Habt ihr ne... Ey, da kommt noch ne. Wir haben sowieso nen Call offen. Unbewaffnet aussteigen, weil ich schieße. Er hat ein Unfall gebaut. Er hat ein Unfall gebaut. Er hat ein Unfall gebaut. Ab ihn. Gut. Ich hab mich schön abgeaimt, der Wechsel, Alter. Er wär fast verweckt. Vorne ist ein fördelter SUV. Ja. Bollen. Ich schieße. Ab ihn. Aber was geht denn jetzt hier ab? So viele Leute hab' ich seit lang nicht mehr erschossen. Haha. Müssen wir nen Grund für haben. Bitte stehen bleiben. Stehen bleiben. Uben, lass mich von. Und da steigen wir jetzt zu tasern. So. Du. Das ist egal. Ich sehe keine Anfassbrille. Ja. Welche Prämie hast du? Ich hab gar kein Prämie mehr. Schon abgelaufen. Ach Scheiße. Warum ich uns schon mal... Wie angenervt wurde.